Am Wochenende gab es die erste Saisonpleite für Wiesbaden gegen Mannheim. Die Abschlussschwäche das Hauptproblem in Düsseldorf gegen Uerdingen wollte es das Team von Rüdiger Rehm besser machen. Und Wiesbaden in Gelb legte direkt gut los. Zwei Veränderungen gab es in der Startformation. Malone war die eine. Er legt ab und dann kommt diese wunderbare Hereingabe von Korte direkt auf den Kopf von Johannes Wurz. 13. Minute die 1 zu 0 Führung. 248 Minuten mussten sie auf ein Tor warten bis zu diesem Moment. Und ausgerechnet Wurz der Torschütze, der Mann, der angekündigt hatte, wir hauen Uerdingen weg. Wie reagiert Uerdingen? Wie reagieren die Hausherren über Osave nur eine Minute später? Osave fasst mit dem Ausgleich doch genau hingesehen. Erst einmal hat sich Osave bei dieser Szene wehgetan, weil hier nämlich Medic angerauscht kommt. Und er trifft ihn. Strittige Situation. Man hätte auf Strafstoß entscheiden können. Osave in jedem Fall das allererste Mal nach auskuriertem Muskelfaser ist wieder dabei. Er musste kurze Zeit später ausgewechselt werden, verletzungsbedingt. Bitter, bitter. Und die Gäste, sie machten damit weiter, wo sie aufgehört hatten. 31. Minute das zweite Tor. Wieder ist es Johannes Wurz. Wieder geht es über die linke Seite. Wieder ist es alles viel zu schnell für die Hausherren Wurz artistisch. Zweiter Doppelpack der Saison. Alle vier Saisontore erzielte Wurz auswärts. Noch immer ist Durchgang Nummer eins nicht rum. Wieder über links Korte. Der sieht diesmal Malone. Und der hat ein ganz feines Füßchen. 36. Spielminute. Malone belohnt sich für eine ganz starke Vorstellung. Das erste Mal in der Startformation. Und dann legt er so einen Auftritt und so ein Tor hin. Noch immer war nicht Pause. Uerdingen gab sich trotz großem Rückstand nicht auf. Markusen trifft nur den Pfosten. Der Mann, der für den verletzten Osave reinkam. Ansonsten der KFC extrem harmlos. Anders die Gäste. Korte allen voran. Der zieht einfach mal ab. 41. Minute trifft aber nur die Latte. Stefan Krämer komplett frustriert. Dabei hatte sein Team am Wochenende gegen Zwickau den ersten Saisonsieg geholt. Von neuem Selbstvertrauen keine Spur. Rein in Durchgang Nummer zwei. Wieder läuft Wiesbaden an. Und wieder treffen sie. Und wieder extrem sehenswert. Zwei Vorlagen leistete Korte bis dahin. Und hier trifft er selber. Und wie das 4 zu 0 in der 63. Minute. Dabei blieb es am Ende auch. Wien Wiesbaden schlägt den KFC Uerdingen und feiert den ersten Sieg nach drei Partien ohne Dreier. Das ist einfach wieder die Mannschaft, die es wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Auch den einen oder anderen zu ersetzen heute mal. Mal jemanden anders aufs Feld zu schicken. Ja, die haben es gut gemacht. Sie haben es gut umgesetzt. Also ich glaube, da gibt es einige, die da vorne richtig guten Betrieb gemacht haben. Und die Defensive stand auch wie eine Eins. Wobei in der ersten Halbzeit, muss ich sagen, war das Ergebnis höher, als wir die Leistung von uns gebracht haben. Gerade offensiv hat es so ein bisschen gehapert. Und da tut der Sieg natürlich heute umso mehr gut mit vier Toren hier auswärts. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Das war mit Ball bis zum 0-2 alles noch halbwegs in Ordnung. Aber wie wir umgeschaltet haben nach Ballverlust und wie wir generell in der Ordnung gestanden haben, das war ganz schlecht. Uerdingen enttäuscht auf ganzer Linie und wartet nach dem 0-4 weiter auf den ersten Heimsieg.